Vor allem TikTok, die mittlerweile halt sehr, sehr schnell wachsen, da sind wirklich von 18 bis 50-Jährigen unterwegs, kann man da wirklich sehr, sehr attraktive Preise bekommen im Bereich Ads und halt auch sehr viele Conversions eben generieren. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und zwar im heutigen Video zu einem sehr, sehr spannenden Thema TikTok und Shopify gehen eine Partnerschaft ein. Und das wurde vor ein paar Tagen verkündet und ich habe euch hier einen Artikel vorbereitet, wo wir gleich, ja, näher darauf eingehen, was da genau passiert. Jedenfalls TikTok, ich glaube, die meisten kennen mittlerweile TikTok, es hat ja vor einiger Zeit oder vor dem letzten Jahr, so die letzten 12, 18 Monate, hat es eigentlich angefangen als so Kinder-App, wo Kinder halt getanzt haben und witzige Videos gemacht haben. Aber es kommen halt immer mehr Menschen, auch ältere Menschen auf TikTok und es ist halt immer so, dass vor allem am Anfang, wenn man da Ads schalten kann, man extrem günstige Preise bekommt und vor allem TikTok, die mittlerweile halt sehr, sehr schnell wachsen, da sind wirklich von 18 bis 50-Jährigen unterwegs, kann man da wirklich, ja, sehr, sehr attraktive Preise bekommen im Bereich Ads und halt auch sehr viele Conversions eben generieren. Und man kann sich jetzt natürlich auch schon bei Business-Ads anmelden, braucht ihr nur auf Business-TikTok gehen und wenn ihr approved werdet, dann könnt ihr auf TikTok werben mit euren Online-Shops oder auch mit euren Agenturen oder was auch immer ihr macht. Jedenfalls gehen wir kurz mal auf meinen MacBook, ich zeige euch den Artikel zum Thema TikTok und Shopify. So, wir sind hier. Das Ganze ist jetzt vor drei Tagen eben rausgekommen und hier seht ihr schon, das heißt, durch die Partnerschaft können Unternehmen in Deutschland jetzt in Feed-Videoanzeigen direkt auf Shopify erstellen und sie den mehr als 100 Millionen monatlich aktiven Nutzer von TikTok in ganz Europa präsentieren. Das heißt, 100 Millionen monatlich aktive Nutzer ist natürlich, ja, eine Benchmark, würde ich mal sagen. Und hier, ihr könnt euch das gerne selbst durchlesen, ich möchte euch hier nur die Highlights eben von der Integration näher bringen. Und hier haben wir sie schon. Das heißt, neues One-Click-Pixel. Shopify-Händler können ihren TikTok-Pixel mit einem Klick installieren oder mit dem Account verbinden. Das heißt, das ist jetzt so wie mit Facebook. Wenn man die Facebook-App nutzt, kannst du auch mit einem Klick einfach den Pixel verwenden und ist halt sehr vereinfacht und beschleunigt. Ein One-Stop-Shop für TikTok-Kampagnen. Händler können Kampagnen erstellen, Zielgruppen ansprechen und die Ergebnisse an einem Ort miterfolgen. Das heißt, du kannst die Ads und die Kampagnen direkt bei Shopify machen. Wir machen das zum Beispiel mit den Google-Ads, mit den Smart-Shopping-Kampagnen. Dann haben wir Kreativität leicht gemacht. Die TikTok-Integration ermöglicht es Shopify-Händlern, eigene native teilbare Anzeigen zu erstellen. Und das ist so ein eigenes Creative-Tool, wo du tatsächlich deine Ads eigentlich direkt in dieser App mit deinen Produktfotos und Videos in wenigen Minuten eben zusammenstellen kannst und dann wirklich gleich live schalten. Dann haben wir eine erweiterte Matching-Funktion. Die Erweiterung des TikTok-Pixels ermöglicht es Shopify-Händler, Zielgruppen effektiver anzusprechen, um TikTok-Anzeigen besser mit Website-Konversionen abzugleichen und Zielgruppen für Retargeting weiter auszubauen. Das heißt, TikTok geht halt den Weg von Facebook-Ads auch mit erweitertem Matching. Das haben wir bei Facebook auch und die meisten kennen das. Was auch sehr interessant ist, kostenloses Anzeigen-Guthaben. Das heißt, Shopify-Händler in Trial- und Basic-Programmen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Trial hast oder Basic ist 29 Dollar im Monat, dann bekommst du 100 US-Dollar geschenkt als Anzeigen-Guthaben, nachdem du ein neues TikTok-Business-Konto bei Shopify registrierst und eben innerhalb von zwei Wochen 25 US-Dollar ausgegeben hast. Das heißt, du musst zuerst 25 US-Dollar ausgeben und dann bekommst du einen 100 US-Dollar-Gutschein. Auch in Euro ist das. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirkt. Also allein von Shopify, guter Move von Shopify. Shopify ist eh eines meiner Lieblingsfirmen tatsächlich auch. Ich finde Shopify mega cool. Nicht nur, weil ich es schon ewig lang nutze, auch die Firma an sich ist einfach mega cool. Und jedenfalls, die machen da das Richtige. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie sich das alles auswirken wird. Speziell jetzt im Bereich E-Commerce, Dropshipping und TikTok. Und ihr solltet den Trend sicherlich nicht verpassen. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, euch wirklich zeitnah mit TikTok-Ads auseinanderzusetzen. Es ist natürlich so, dass eine neue Plattform immer ein bisschen anders ist. Also kann man wahrscheinlich nicht vergleichen mit Facebook und Google. Aber ihr werdet extrem günstige Klicks eben generieren können und dadurch auch sehr günstige Conversions erzielen. Ja, ich habe euch den Artikel verlinkt, sowohl in der Beschreibung als auch in den Kommentaren. Das war es auch schon zu dem Thema. Ich würde mich sehr über ein Like und über ein Abo freuen. Und ja, ansonsten schreibt mir gerne eure Meinung zum Thema TikTok in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns demnächst im nächsten Video. Alles Gute, euer Ricardo. Ciao, ciao, papa.